Kingdom Builder. Das Spiel des Jahres 2012. Ein schnell erlernbares, spannendes Aufbauspiel, in dem jeder von euch versucht, das wohlhabendste Königreich zu erschaffen. Stellt euch bei jeder Partie andere Spielwelten zusammen und meistert immer neue Herausforderungen. Baut Siedlungen am Wasser und die Fischer werden euch zu Reichtum verhelfen. Oder verbindet verschiedene Orte, damit in eurem Königreich Handel getrieben werden kann. Derjenige von euch, der das erfolgreichste Königreich baut, gewinnt am Ende das Spiel. Kingdom Builder. Spiel des Jahres 2012. Für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren. Queen Games. Connecting Generations.